Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Teil 2, Kulturforum Görlitzer Synagoge. Im Oktober vergangenen Jahres habe ich euch die Innen- und Außenansichten des Kulturforums im Teil 1 vorgestellt. Nun folgt mit diesem Teil die Krönung, das Aufsetzen des Davidsterns. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schon am Tag, als die Baustelle eingerichtet wurde, dachte ich mir, gehst du mal hin und schaust dir das mal alles von Nahem an. Ich sprach den Kranführer an und der meinte, dass der Davidstern am 31. August, aber spätestens am 1. September aufgesetzt werden soll. Ich schien, dass die Arbeiten recht schleppend vorangingen. Und mir war klar, dass es wahrscheinlich am 31. August nicht mehr passieren würde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 Gegen 15.30 Uhr stieg der letzte Monteur vom Turm herab, ließ aber oben sein Handtuch hängen. Ja, das Handtuch war nun weg und der Kran auch. Das war's für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 wasn't für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020